Hallo Leute, heute habe ich ein Paket hier und ihr wisst noch nicht was da drin ist. Oder vielleicht auch schon. Das werde ich jetzt mal öffnen. Hm. Also, ähm, seid gespannt. Hier ist ein Lego-Creative-Set. Ich finde das dann kommt ja gleich an. Hier ist ein Lego-Creative-Set. Ein altes Set von irgendeinem alten Jahr. Ein Unterwasser-Set. Lego-Helme. In ganz schönen Farben. Noch ein altes Lego-Set. Ein altes Feuerwehr-Auto. Ein, noch ein altes 90er-Set. Hier sind so ein paar Partei. Ein Motorrad. Ein Fahrrad. Skateboards. Und so weiter. Hier sind die Fernglase. Ganz viele. Dann werde ich auch wahrscheinlich demnächst ein paar Sub-Motions drehen. Ein Lego-Creative-Set. Ein Lego-Star Wars 8080. Das ist von Micro Fighters. Ein neues Lego-Creative-Set. Noch ein altes 90er-Set. Hier. Da liegen sie aus dem neuen Film. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Ich werde da wahrscheinlich auch noch ein paar Videos machen. Oder so weiter. Oder so. Das ist eine Art. Das ist ein neues Lego-City-Set. Ein Speed-Champion. So ein Auto. Ein Lego-Shima-Set. Da kriegen wir schon ein paar Teile raus. Lego-Star Wars. So ein Auto verwaffen. Das hätte ich glaube es auch für den neuen Film. Oder. Das ist einfach eine Macht. Hier ist noch ein Stopp-Ber-Team. Das ist diesem. So. Und hier. Diese Schmelzstation. Hier sind wir für die Helme. Die. Ja. Dings ist dafür. Noch ein Micro Fighter. Hier ist die andere. Dings dafür. Wahrscheinlich ist das in zwei anderen. Das bedeutet. Ein kleines Greatest Set. Da ist ein paar Teile. Haare. Ego-Männchen-Haare. Dieser. Toy Story-Bär. Hier sind noch zwei Schlüsseler-Dinger von Yoda. C3PO. Die ist eine ganz kleine Tüte mit Feuer, Leberfeuer, auch nützlich. Noch ein altes 90er Set von einem Brennsportwagen. Noch ein Microfighter. Noch ein altes 90er Set. Noch ein altes Lego-Tossen, Lego-Mützen, hier sind noch alte 90er-Lego-Kataloge. Wenn ihr wollt, kann ich dazu auch noch ein Review oder sowas machen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gib einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao.